Als ich diese Flamme gesehen habe, zum ersten Mal konnte ich es gar nicht recht glauben. Das war so nicht wahr. Ich war ja am Planen unserer Reise, hier im Innenhof vom Desert Inn. Das war noch schön, auf einem weissen Blatt Papier. Ich wollte hier mal die Tage aufschreiben, Erinnerungen. Auf einmal war Asche drauf. Dann habe ich rufgeschaut. Und dann hat es brennt. Wir sind ja auf der Strecke durch die Wüste in das Desert Inn gekommen. Wir waren schon ziemlich ausgelaugt. Es waren doch 150 Kilometer, wo wir gefahren sind. Der Kollege wollte auch ins Hotel explizit. Im ersten Zimmer hatten wir keine Dusche. Da ging das Wasser nicht. Und im zweiten Zimmer hatten wir noch heisses Wasser. Und das Resultat war, dass meine beiden Mitreisenden gerade einmal nach dem Duschen in einen Komaschlaf gingen. Als wir in dieser Oase hatten wir zuerst etwas getrunken. Es war sowieso oft die Lust nach Wasser. Du wusstest, du brauchst Wasser. Es ist so heiss. Und dann hast du erst einmal alles reingedrückt, das du an so einem Laden bekommen hast. Und ja, da haben wir also sicher jeden 3-4 Liter reingelernt. Wenn da Rise and Beam's El Oasis steht, würdest du das ja nicht glauben, oder? Denn seit 1963 Jesus, Romo, ja, so ein Plakat. Das überrascht. Und normalerweise sieht es ja eigentlich so aus. Und gut, in diesen Einschnitten hat es dann schon was. Und dort ist dann eigentlich auch so eine Oase entstanden wie diese dort. Und eigentlich wunderschön. Diese und die 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 Untertitelung des ZDF, 2020